Hier sind wir im kleinen Nebenzimmer mit einem Kamin und jetzt gehe ich mal rüber ins Restaurant. Das ist im Endeffekt total nostalgisch schön, die Fränkische Schweiz, wie wir sie kennen und lieben. Und jetzt zeige ich euch noch die Terrasse. So, und hier wären wir dann auf der Terrasse. Und man kann schon sehen, der Ausblick ist einfach traumhaft schön und man kann hier die Fränkische Schweiz in ihrer Natur wundervoll genießen. Und hier haben wir eins der Zimmer. Die sind sehr großzügig geschnitten. Wir haben auf der einen Seite nochmal eine schöne Sitzsäcke mit Fernseher und wenn man rausgeht, hat man natürlich einen spektakulären Blick. Also, das ist einfach schön. So, jetzt sind wir nochmal in einem zweiten Zimmer. Also, hier können wir wunderbar wohnen. Und wie gesagt, wo ich mich ja nicht satt sehen kann, ist dieser Ausblick. Und da ist es natürlich auch wunderbar ruhig. Danke. Vielen Dank.